Und hier haben wir unser Hauptkriegsfahrzeug. Zwei Soldaten haben wir, Claudio und Felix, total durchtrainiert. Die können Flugzeuge abschießen, Atombomben auseinandernehmen. Ja, also Rainer hat sich diesen gekauft. Das ist ein Kamion, der kam aus dem Vietnamkrieg. Da waren nur die Räder, Chassis und die halbe Kabine. Dann hat er sich den Motor aus den USA gebracht. Und hat dann hier den anderen Teil mit seinem Onkel, Armin Klaassen, angefangen zusammenzustellen. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other. Und in this world of lovers, we'll still have each other.